So. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Connect, yes. Das ausblenden, ausblenden, ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ich glaube, jetzt sollte alles funktionieren. Ja, doch. Wir probieren gerade noch mal Glisterstoff rauszuklatschen. Das funktioniert auch hier. Perfekt. Okay. Ich glaube, man sieht mich, ne? Dann zuallererst einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle noch mal hier unten stehst. Der Maverick hat mir gestern noch mal 3 Euro donated. Thank you so much, Maverick, for your donation. So. Und zwar, ich komme gerade vom Joggen. Scheinbar bin ich noch nicht genügend ausgelastet. Und ich habe da noch so eine App, die sagt mir halt auch, dass ich fünfmal die Tage Sport machen soll. Und die letzten zwei Tage habe ich es jetzt dann doch nicht gemacht. Also, ich habe jetzt noch zwei Übungen offen. Das ist einmal Beinsport, also auch hier, ne? So etwas in der Art. Und dann haben wir auch noch was für den Rücken. Der Rücken ist ziemlich entspannt, deswegen würde ich den Rücken tatsächlich erst nachher machen. Und weil die Beine gerade noch so schön heiß sind, würde ich einfach sagen, wir fangen mit den Beinen an. Werkt jemand von euch mit oder macht mich jetzt ganz alleine hier zum Affen? So, dann gucken wir erstmal. So, was haben wir denn hier? Da. Habt ihr gut geschlafen? Hier. Werdet mal wach. Ist ja auch still hier. So, ja. Okay. So. Hier unterer Rücken. Hit. Beine. Anfänger. 20 Minuten. So. Meine Fitbit sagt mir noch schön, äh, gut gemacht wegen Laufen, ne? So. Aber ich laufe nicht, sondern... So. Meine Fitbit ist auch gleich leer. Training. Laufen, Gewicht, Radfahren. Einfach nur Training. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Wir brauchen keine Geräte. Als erstes dehnen wir... Wo stelle ich jetzt das Handy hin? Ich stelle das jetzt mal so hier hin. Also als erstes nehmen wir das Bein und dann gehen wir auf die Zehspitzen. Wir ziehen das richtig hoch. Also nehmt das so an euch und runter. Guten Morgen! Also Bein anziehen, auf Zehspitzen und wieder runter. Und das machen wir jetzt ganze zehn Sekunden lang. Beziehungsweise... Ne, zehnmal. Nicht zehn Sekunden, weil... Zehn Sekunden ist ja schon vorbei. Hast du gut geschlafen? Das hat auch ziemlich viel mit Ballons zu tun, fällt mir gerade auf. Ich kann das nicht einfach so auf einer Zehspitze stehen. Okay, dann ich zeig das mal seitlich. Macht jetzt den da. Möglichst natürlich jetzt nicht in den Rücken rummachen, ne? Das machen wir 20 Mal. Guten Morgen, du hast Muskelkater, Kai, dann sei es entschuldigt. So, jetzt gehen wir auf den wunderschönen Boden. Sieht man das dann? Hoffentlich... Oh! Was macht die da? Was muss ich jetzt machen? Ähm, scheinbar irgendwie das Bein ausstrecken? Ich versteh's nicht so ganz. Und sonst, Bernie, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Also ranziehen und dann nach oben weg. Ich glaub, ich hab's verstanden. Da ist schon die Heizung, verdammt. Ich bin zu groß. Ich glaub, das hab ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesagt. Aber doch, ja, ich spür's ein bisschen in den Beinen. Ich komm grad vom 2 Kilometer Joggen. Mach direkt weiter. Und weswegen hast du Muskelkater? So, dann dürften wir uns jetzt wahrscheinlich drehen. Tada! Aber die andere Seite muss ja auch noch trainiert werden. Wir haben schon 10% geschafft. So. Fünf. Noch viermal. Dreimal. Auf dem Bein finde ich das viel anstrengender als auf dem anderen Bein. Wieso ist das so? Noch einmal, Leute. Und los! Fertig! Als nächstes. Tada! Du hast gearbeitet. Echt? Okay, was arbeitest du denn? Jetzt haben wir kurz Pausezeit. So. Ui. Oh. Ich merk's jetzt schon. Aber ich glaub, das kommt vielleicht noch vom Joggen. Ui. So. Wir machen als nächstes eine Dehnung vorgebeugt. Okay. Okay. Das heißt dann wahrscheinlich wieder schön den Rücken. Ne? Also macht so... Ah. Macht sogar hier so. Und dann diese. Also leicht in die Knie gehen. Und dann... Zu wenig Milchprodukte. Okay. Jetzt ist die Frage, sind Milchprodukte dementsprechend wichtig oder nicht? Ne? Oh Gott. Ich spür's im Rücken, aber nicht in den Beinen. Oh Gott. Ich spür's im Rücken, aber nicht in den Beinen. Das ist gar nicht so interessant. Weil die nimmt die und macht die so hinten über Kreuz. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Kameraperspektive am sinnvollsten ist. Wahrscheinlich so. Wie bitte? 28 Mal? Will die mich verarschen? Ich bin doch jetzt schon K.O. Aber du hast mir noch gar nicht verraten, was du arbeitest. Das musst du natürlich nicht. Aber du kannst ja zum Beispiel sagen, dass du viel laufen musst. Oder... Ich weiß ja nicht. Und einen wunderschönen guten Morgen an die anderen. Schön, dass ihr schon da seid. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Oh mein Gott. Das geht in die Beine. Das geht in die Oberschenkel. So. Wir sind bei 22 von 28. Noch dreimal, Leute. Zwei. Eins. Nicht so übrigens. Fertig. So. Dann machen wir wieder die wunderschöne Dehnung. So. Ich sehe gerade, ihr seht mein wundervolles Zimmer, was gar nicht so schön ist. So. 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 Jetzt machen wir einen Ausfallschritt mit Drehung. Ich spüre meine Oberschenkel schon. So. 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 einem allzu starken Muskelkater kommt. So, nächste Übung ist geschafft, Leute. Jetzt kommt wieder ein Bodenteil. Ich nehme euch mal mit auf den Boden. Wir müssen jetzt Frontsplitt mit gebogenem Bein. Okay. So, ich glaube, das ist dann die Übung. Sieht man es? Ja, ein bisschen. I'm sorry, ich habe hier kein Greenscreen auf dem Boden. Das ist ein ganz normaler Dielenboden. So, welches Bein muss denn vorne sein? Okay, wir nehmen. So, wir setzen uns. Ja. Ich kann noch ein bisschen hinterrutschen. Wir nehmen das Bein, setzen uns drauf und das andere kommt nach hinten. Und jetzt müssen wir 30 Sekunden so verhaken, ohne dass wir denken, dass uns irgendwelche Bänder reißen. Stuhl lächeln und winken, Männer. Und Frauen. Und alle anderen Menschen. Das kommt dann gleich auch noch für die andere Seite. Ich spüre es hier auf der Innenseite von dem Oberschenkel, das gestreckt ist. Ich hoffe, dass es richtig ist, dass man es da spüren sollte. Von der Anatomie her bin ich mir da nicht so sicher. Und wie ich gesagt habe, jetzt kommt die andere Seite. Auch wieder 30 Sekunden verbleibend. Und los geht's. So, die Hälfte haben wir geschafft, Leute. Noch 15 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. And here we go. Oh Gott. Oh nee, ein Burpee? 10 Stück? Holy shit. Okay, ich mache euch wieder auf hoch und ich nehme das Headset ab, damit keine Unfälle passieren. Wer ist gleich? Okay. Okay. So, dann haben wir das nächste fertig. So, mal gucken, was als nächstes dran kommt. Als nächstes kommen Kniebeugen dran. Juhu! So, und zwar zehn Stück. Die macht das an einem Stuhl. Machen wir das auch mal. Machen wir das auch mal. So, auch das wäre erledigt. Als nächstes kommt ein Hampelmann. Dazu werde ich natürlich das Headset wieder aussetzen. Ich will euch hier nicht verlieren. Und zwar, wir sind übrigens bei Nummer 13 von 20. 30 Sekunden Hampelmann. Auf geht's! So, ich will euch das. Meine Vögelchen sind gerade ziemlich aktiv. Ich hoffe, ihr hört ihr euch allzu sehr. So, unterstützte Hocke. Das heißt, wir gehen gleich wieder runter, wieder schön auf die Oberschenkel. Oh Gott. Aber Leute, nur noch sechs Übungen. Dann haben wir Beine auf jeden Fall offen. So, wir gehen 20 Mal runter, oder? Ja, okay. Dann los geht's. Und dann los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 So, auch das wäre geschafft, jetzt kommt Sprunghocke, das heißt, setzt euch gleich wieder ab, weil das Headset ist kein Sportheadset, ne, ihr seht, es ist sowieso schon viel zu groß, kleiner geht's leider nicht, und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt als nächstes kommt Anfersen, ich glaube, danach kommen auch schon die Dehnungen, dann haben wir die Beine auf jeden Fall geschafft, ich spüre sie auf jeden Fall schon. So, habt ihr gut geschlafen, kommt mal raus, wie lange habt ihr geschlafen, habt ihr überhaupt schon geschlafen? So, 40 Sekunden lang Anfersen, schön den Po berühren mit den Fersen, ne. So, 50 Sekunden lang Anfersen, schön den Po berühren mit den Fersen, ja. So, tatsächlich kommt noch keine Dehnung. Jetzt kommt noch seitliches Hüpfen. Wow. Übrigens, danach machen wir noch ein bisschen was für den Rücken. Das ist dann eher ein bisschen ruhiger und langsamer. Oh Gott, mein Herz pumpt. Wie viel bin ich denn gerade? 143? So Leute, seitliches Hüpfen. Mal gucken, ich probiere es mal anzulassen. Ich müde mich natürlich. Dann hört ihr den Knarzen, den Dillenboden nicht. Und mein schweres Atmen, was ihr gerade sowieso schon hört. Okay, 30 Sekunden seitliches Hüpfen. Auf geht's. Achtung, in. Komm, Tinko, drei, zwei, eins, los. Okay. Wie immer noch keine Dehnung. Wow, mein Handy ist ja voll hart heute zu mir. Jetzt kommt noch mal diese unterstützte Hocke. Das heißt, wieder runtergehen. So tief ihr natürlich nur könnt. Ohne umzukippen. Danach muss aber ordentliche Dehnung kommen noch. Ich spüre meine Oberschenkel. Wie sieht es bei euch da aus? Macht jemand mit? Wahrscheinlich könnt ihr gerade nicht schreiben. Ihr müsst auch noch Luft holen. So, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser. Okay, ich skippe mal die Pause. Unterstützt Hocke 15 Mal, Leute. Ich brauche eine dritte Hand. 15 Mal. Okay, 3, 2, 1 und los geht's. Okay, 3, 2, 1 und los geht's. So, auch das haben wir geschafft. Und jetzt kommen endlich die Dehnungen. Ups, das war der Green Tree. Ihr seht, ich habe nicht allzu viel Platz. Jetzt kommen endlich die lang ersehnte Dehnungen, die ich brauche nach 2 Kilometer Sport und nach dem Workout hier mit euch zusammen. Blacky, danke schön. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Es ist ein bisschen warm hier. Okay. So. Okay, also ihr nehmt... Das hier ist es wichtig. Ihr nehmt einen Fuß, zieht ihn zu euch ran. Unten die Knie müssen auf gleicher Höhe sein und das Becken drückt ihr nach vorne. Oder? Ah. So, habe ich irgendwas verpasst? Oh. Oh, sorry, habe ich komplett vergessen. Danke. Leute, den. Ich habe es vergessen. So, noch 10 Sekunden, liebe Leute. Okay. Das andere Ball natürlich auch, ne. Wir haben ja zwei Stück von den Dingern, die uns noch vorwärts bewegen. Okay. So. Und auch hier 30 Sekunden. Los geht's. Danke schön fürs Glisterstab verteilen. So, als nächstes braucht ihr übrigens gleich einen Stuhl. Am besten nicht euer Gaming-Stuhl. Oder? Ich nehme einfach meinen Küchenstuhl. Wir machen keinen Challenge. Konkurrenz. Noch 10 Sekunden verbleibend. Meine Vögelchen sind auch wach. So, liebe Leute. Das war unser Bein-Workout. Oh. Huh. Spürt ihr die Oberschenkel? Also, wenn ich jetzt Muskeln kriege, wie ich sie spüre, dann dürfte ich Hike aber bei Konkurrenz machen. So, ich hole mir einen feststehenden Stuhl aus meiner Küche. In diesem Fall. Und dann geht's weiter zu den Rückenübungen. Jetzt ist gleich die Frage, wie komme ich mit dem Stuhl über meinen Gaming-Stuhl? Falls ihr es gleich krachen hört, äh, ja. Habe ich nicht geschafft. Okay. Nein, aber meine Vögel haben Angst bekommen. So. Hier haben wir einen Stuhl. Weil jetzt kommt sehr viel im Sitzen. Ich fühle mich genau richtig. Obwohl ich schon zwei Kilometer Jong war. Danke, App. Erstmal teilen. Ich teile es dann immer im Discord. Ach. Ich möchte diesen Erfolg teilen. Bitte, bitte. Lass mich ihn teilen. So. Wie oft macht ihr denn eigentlich so Sport in der Woche pro Tag? Im Monat? Im Jahr? Im Jahrzehnt? In eurem Leben? Okay, wo ist denn mein, 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 mein? Hier. Picks, bitte, links. Oh, jetzt ist mein Vogel aber wieder wach. Ich glaube, der ist ein bisschen genervt. Vielleicht habe ich ihn geweckt. Ha, ha, ha. So. Erst einmal da geteilt. Dann teilen wir es noch. In WhatsApp. In meinen Status. Voila, Leute. So. Dann geht es weiter. Und zwar, wie ich schon angekündigt habe, unterer Rücken. Das sind auch nochmal ungefähr 20 Minuten, liebe Leute. So. Genau. Wir sitzen zuerst im Stuhl da. Ich mache das mal ein bisschen runter. So. Ha, diese Millimeter-Fussel-Arbeit. So. Und zwar nehmen wir, ich nehme jetzt einfach mal den linken. Ich weiß gar nicht, ob ihr den linken habt oder nicht. Nehmt ihr hinten was dran. Und dann mit dem Kopf nach vor und nach hinten. Sanfte und langsame Bewegung, liebe Leute. Euer Rücken ist wertvoll. Noch fünfmal. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Und fertig. Ich spüre es gerade hier ziehen. Ich weiß nicht, ob das in der Übung war. Und das machen wir jetzt auch mit dem Arm. Denn wir haben auch zwei Arme. So wie zwei Beine. Oder? Ja. Nackendehnung. Okay. Ihr nehmt den Arm. Ah ne, gar nicht. Jetzt macht sie was anderes. Sorry. Ich weiß nicht, welche Seite das ist. Ihr fasst euren Stuhl unten dran. Dass ihr euch stramm ziehen könnt. Und geht dann sanft mit dem Kopf in die Richtung. Guckt, dass ihr möglichst in einer Linie bleibt. Und robbt nicht euren Kopf runter. Aber so, dass ihr ein sanftes hier... Also ich spüre es jetzt hier zumindest. Ich hoffe, dass es richtig ist. Und mein Vogel. So, und das macht ihr jetzt auch mit der anderen Seite. Diesmal gibt es zwei Seiten tatsächlich. Actually. Und auch hier wieder 20 Sekunden lang sanft dehnen. Tatsi. Oh. Ja, kommst du vorbei? Meine Oberschenkel aber bitte. Mein Rücken gar nicht mal so sehr. War schon zwei Kilometer Joggen vorher. Okay. So, machen wir es nochmal auf beiden Seiten. Aber ich glaube, ich hätte auch nichts dagegen, jetzt gerade hier eine Massage zu bekommen. Gerade, weil hier alles verspannt ist bei mir. Aber das liegt halt an der Büroarbeit. Also ich arbeite im Büro und von daher sitze ich halt viel. Und dann bin ich dann noch täglich abends hier am Zocken. Das heißt, hier sitze ich auch wieder viel. Das heißt, eigentlich müsste ich viel mehr für meinen Rücken machen. So, die andere Seite nochmal 20 Sekunden sanft dehnen. Aber das könnt ihr gerade eigentlich mitmachen. Aha. So. Tatsächlich fühle ich, als ob ich jetzt weiterkomme, weil ich schon vorgedehnt bin. Okay, das ging falsch. Wait a minute. Ich fühle, dass es sanfter weiter in die Gegenrichtung komme. Klingt das besser? Du verdaust dein Frühstück. Okay, gut. Dann nicht. So. Okay. Jetzt. So. Okay. Irgendwie wirkt dieser Arm schneeweiß. Es ist so kalt. Zack. Zack. Hoch. Oh, meine Schultern erst mal geknackst. Und das machen wir jetzt 15 Mal, Leute. Was gab's denn leckeres? Ich suche noch Inspiration, weil mir gibt's auch gleich Frühstück. Nach dem Sportworkout. Ich komme mir irgendwie so klein vor, weil meine Füße nicht komplett, also ich muss mich echt so die Beine runterziehen, damit die Füße komplett auf den Boden kommen. Das fällt mir gerade das erste Mal auf. Mein Stuhl ist zu groß für mich. Dabei habe ich am längsten, sind meine Beine. Boah, das tut in den Armen weh. Ich dachte, das wäre ein Rückenworkout und kein Armworkout. Aber gut, meine Arme sind jetzt auch nicht so sonderlich stark, das wissen wir ja alle. Noch einmal. So. Oh. Dann. Den Stuhl bitte einmal zur Seite. Jetzt machen wir das alles nochmal im Stehen. Hurra. Ihr nehmt hier das hier hinten an die Schulterplatte. Und dann, aber bitte gerade nicht nach vorne oder nach hinten kippen, zur Seite. Ich kippe selber nach vorne, fällt mir gerade auf. Das sieht irgendwie nicht so ästhetisch aus. Mein Arm sieht komisch abgeknickt aus. Egal, im Sport muss man nicht ästhetisch aussehen. So. Lösen. Und das alles für die andere Seite auch nochmal. Hey. Ist das bei euch auch so, wenn ihr Sport macht, dass ihr in einer Seite besser seid als in der anderen Seite? Bei mir ist das ziemlich oft so. Hier tut es jetzt zum Beispiel viel mehr weh als auf der anderen Seite. So. Ach, hier sind wir fertig. Und das gleiche nochmal. Oh, aber das... Ja, ich merke es hier im Nacken. Okay, liebe Leute. Weiter geht's. Das ist gut für euer Rücken. Macht mit. Für alle die, die gerade nicht am Vetterum sind. Obwohl, das ist ja jetzt kein Hüpfen. So gesehen könnte man das auch machen. Die Hüpf-Paare, da hast du schon alle verpasst, Parzi. So. Und nochmal für die andere Seite. Parzi, warst du schon wählen? Ich muss dann nämlich nach dem Frühstück auch noch hin. So. Liebe Leute, ihr braucht eine Wand. Ich habe hier keine Wand. Äh, wir müssen jetzt Push-Ups an Wand machen. Äh. Okay. Ich bin mal kurz aus dem Bild und mache das an der Tür. Ihr müsst es zehnmal machen. Stellt euch vor, die Wand. Beine sind durchgestreckt. Hände auf Schulterhöhe. Und dann geht ihr langsam nach vorne und wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt festes Schuhwerk an, dass ihr nicht abrutscht. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Unter die Hartgesunden von euch. Ihr könnt es auch auf den Boden machen. Sechs. Hier funktioniert es einfach. Es ist zwar immer noch anstrengend. Sieben. Aber... Acht. Ich komme wenigstens wieder zurück. Neun. Und... Zehn. So. Danke, Tür. Als nächstes setzt ihr euch wieder auf den Stuhl. Und haltet hinten die Lehne fest. Ich weiß nicht, was sie genau noch machen. Dehnung der Brustmuskulatur. Okay. Das heißt, ihr haltet euch fest und zieht die Brust nach vorne. Jetzt ist ein bisschen zu... Das sieht dann in etwa so aus, ne? Okay. Das wäre auch geschafft. Und wir stellen uns wieder hin. Diesmal sind die Arme etwas entlastender. Das rechte Bein kommt vor das linke Bein. Dann nehmt ihr den rechten Arm und zieht euch zur Seite. Auch hier wieder nicht nach vorne. Oder nach hinten kippen, sondern in einer Linie. Also streckt euch nach oben raus und trotzdem zur Seite. Das haltet ihr jetzt noch. Okay. Fertig. Dann. Genau andersrum. Das linke Bein vor das rechte Bein. Leute, ich wusste gerade, wo links und rechts ist. Oh mein Gott. Ihr zieht mit dem rechten Arm. Ich glaube, ich habe meine rechts-links-Schwäche abgelegt. Links-rechts-Schwäche. Rechts-links. Und zur anderen Seite. Okay. Dann gehen wir nochmal zur anderen Seite wieder rüber. Und los geht's. 20 Sekunden halten. Stuhl-Lächeln und winkeln. Aber ich merke schon, es zieht. Und noch mal zur anderen Richtung. Und noch mal zur anderen Richtung. Wir haben gleich übrigens die Hälfte geschafft für den Rücken. Und solche Aufgaben zum Beispiel. Gut, jetzt die einfachen wie die Rückenübungen leider nicht so oft. Aber sowas mache ich zum Beispiel jeden, also fast jeden Montag. Bis auf mittwochs und sonntags. Sonntags ist mein Jogging-Tag. Und mittwochs habe ich sowieso immer tanzen. Dann werde ich dadurch gedehnt. So. Nehmt den Stuhl. Wir setzen uns nicht drauf, aber... Wir tun. Also kurz bevor ihr den Stuhl berührt, geht ihr wieder hoch. Also klassische Kniebeugen. Habt ihr das gerade gehört, mein Vögelchen? Das pfeift schon wieder so süß. Das macht ihr übrigens zwölfmal. Oh, das geht ja schon wieder in die Ohr, Schenkel, ne? Oh, Gottchen. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich morgen so einen krassen Ohr, Schenkel, Muskelkater kriege, dass ich kaum noch laufen kann. Habt ihr eigentlich irgendwelche Geheimtricks gegen Muskelkater? Oh, Gott. So. Noch einmal. Okay. Oh, Gottchen. So. Okay, was kommt jetzt? Magnesium. Ah. Okay, wir setzen uns auf den Stuhl. Bernie ist ja noch da. Ihr nehmt das Bein aufs andere. Und drückt das Knie sanft, bitte, Leute, nach unten. Kann ich noch nach hinten? Sieht man es? Das ist die Gesäßmuskulatur. Das klingt immer so anständig. Für den Po, Leute. Für den Bobbers. So, wir haben zwei Beine. Surprise. Ach ja. Oh, hier spüre ich es viel mehr. Oh mein Gott, hier komme ich nicht so tief. Oh. Meine linke Seite ist definitiv trainierter. 20 Sekunden halten. Noch 10 Sekunden verbleibend. Ich glaube, ich mache mir gleich Bananen-Pancakes. So. Ich mag das. Ich mag diese Übung. Es ist so nicht anstrengend und trotzdem macht man was für den Körper, ne? Also dieses Rücken-Workout, in Anführungszeichen. Gut, man muss dazu sagen, ich habe mich auf normal eingestellt. Also weder Beginner noch Experte. Ich möchte, dass sie mir diese Workouts für einen Monat lang vorschreiben. Ja. So. Die andere Seite. 20 Sekunden lang halten. Und los geht's. Das liegt, der fällt mir. Solche Musik höre ich zum Beispiel, wenn ich joggen gehe. So, so ein bisschen Dubstep-mäßig. Dark Dubstep. So, okay. Wie zeige ich euch das jetzt am besten? Ein Bein ist gestreckt und ihr versucht so weit runter zu kommen wie möglich. Das gibt natürlich richtig geile Bauchfettfalten. So, die kaschieren wir mal weg durch die Hose. Wie ist ja die ganzen Leute auf YouTube immer machen, ne? Oh Gott, ich spüre die Dehnung in der Kniekehle. Sorry, dass mein Stuhl grisselt. Der ist etwas mintgrün eventuell. So. Oh, das tat gut. Und das andere Bein auch noch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Sport ich schon gemacht habe heute. Meine Fitbit muss mich... Oh, sorry. Blacky, was stand denn da? Kannst du gerade in der Mod-Ansicht nachgucken? Mein Bot ist manchmal sehr gemein. Und danke fürs Glitzerstaubverteilen. So. Und was machen wir nochmal? Einen wunderschönen guten Morgen an die neuen Eingeschalteten. Ihr setzt euch weit auf die Kante, aber so, dass ihr nicht runterfliegt. Das eine Bein durchgestreckt und geht so tief wie möglich runter mit der Hand. Und guckt, ob ihr eure Füßspitze... Achso, der Erdbeer. Wahrscheinlich... Na, du darfst nicht zu viel groß schreiben. Weil mein Bot mag das nicht. Wegen Caps. Please refrain from using Caps. Ich habe gar keine Erdbeer. Ich habe aber Himbeer noch. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, I'm sorry. Mein Bot ist sehr, sehr, sehr streng. Manchmal zu streng. Gerade in deinem Fall. Okay. Funktionieren Himbeeren auch? Oder ich muss gucken. Also ich glaube, ich habe noch eingefrorene Beeren auf jeden Fall. Aber ich glaube... Also wenn, dann mache ich mir die jetzt gleich auf mein Haferbananen... Ähm... Ding. So. Schon wieder unterstützte Hocke. Ich dachte, wir machen Rücken-Workout. Kein Bein-Workout. Was ist da los? Die hatten ja die Übungen bereits schon. So. Acht Stück machen wir davon. Gerade Rücken, Leute. Ich sage das immer, weil meine Sportlehrerin... Also eine Tanzlehrerin das zu mir sagt. Hallöchen. Wie geht's dir? Gut geschlafen. Und runter. Hoch. Oh Gott. So, Leute. Noch viermal. Oh, meine Beine. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Und noch einmal. So. Drei, zwei, eins. Was will ich... Zählen ist nicht so meine Stärke. Oh Gott. Okay, was machen wir als nächstes? Ah, die Beindehnung. Das ist gut. Wenn wir gerade eben schon eh wieder ein bisschen Bein gemacht haben, nochmal dehnen. Auch wenn wir es schon im Bein-Workout von gerade eben hatten. Ihr haltet euch irgendwo fest, falls ihr die Balance braucht. Falls nicht. Ferse an den Po. Knie an Knie. Und... Hüfte nach vorne. Und das halten. Noch zehn Sekunden, Leute. Oh Gott. Ich musste gerade mal ganz tief durchatmen. So. Und das macht er jetzt genauso. Fürs andere Bein. Ja, das stimmt. Das sind Kalorienbomben. Aber ich hab... Ich glaub, vor... Zwei, drei Wochen wieder aufgehört, Kalorien zu zählen. Ich gönne mir, worauf ich Lust hab. Ich hab mir gestern eine ganze Kalzone gegönnt. Jo, jetzt hab ich ein Kilo zugenommen. Aber dann ist das so. Ich mach ja heute joggen und mach vielleicht wieder einen halben Kilo runter. Weil, ja. Kalorien zählen, das ist halt... Ich sag mal, ich bin jetzt nicht unbedingt angewiesen, ja. Ich sag jetzt nicht, dass ich dick bin. Aber ich sag auch nicht, dass ich dünn bin. Ich bin normal gewichtig. Ja. Ähm. Aber ich wär halt gerne einen Ticken dünner. Also, aber ich weiß auch nicht, ob's wieder ins Body-Shaming fällt. Ich würd halt gerne so aussehen wie die ganzen Instagram-Mädels. Aber ob das real ist oder ob das ein Filter ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, ich glaub schon, dass da viel mit Filtern gearbeitet wird, um die Mädels flacher zu machen. Oder dass die alle hier ein Sixpack haben. Ein bisschen geht's mir an und immer so machen, ne. Jo. Hab ich halt nicht, ne. Ja, okay. Also, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte auch bis 23, 24 richtig einen flachen Bauch. Jetzt kein Sixpack, aber richtig komplett flach. Richtig. Ich hab mich richtig wohl gefühlt. Ich war voll zufrieden und glücklich. Dann, ähm, ja. Medikamente bekommen. Zack. Zehn Kilo innerhalb von einem Monat zugenommen. Fünf Kilo wieder abgenommen. Jetzt bin ich bei 50. Jetzt gerade aktuell bei 51. Ähm, und es geht aber auch nicht mehr runter. Also, ich krieg's nicht mehr runter. Dann bin ich echt sauber auf meinen Arzt gewesen, aber... Okay, liebe Leute, eine Ganzkörperdehnung. Oh, ich liebe die. Das liebe ich tatsächlich. Einfach wirklich alles strecken. So komplett gestreckt und dann Knie beugen, Arme runter und alles schwabbelig machen, ne. Das ist übrigens, glaub ich, tatsächlich auch schon die letzte Übung. Dann, geh ich gleich Frühstück machen. Wollt ihr da auch mit dabei sein? Sollen wir gleich einen Kochstream machen? Oh, so. Schön strecken. Pallen lassen. So. Aber nein, kann ich nicht, weil meine Küche ist nicht aufgeräumt. Ah, ah, ah. So, noch einmal. So, Leute. Das war unterer Rückenentspannung. Kein Workout, sorry. So, dann machen wir mal aus. 42 Minuten Sport gemacht habe ich jetzt mit euch. Meine Fitbit lobt mich. Du hast die Erwartungen übertroffen. Dankeschön. Man soll sich auch selbst... Oh, hier. 127 Kilokalorien verbrannt. 157 maximal rumgepumpt. 183... Äh. Ach, nevermind. Ach, ja. So. Oh, machst du mir mit, beessen? Ah, was gibt's denn bei euch Leckeres? Oh, ja, 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 ja. Oh, erst mal noch mal kurz sitzen. So. Zum Frühstück. Ich könnte meine Kalzone zum Frühstück essen. Ich habe noch so ein bisschen. Und allzu viel Hunger habe ich eh nicht. Weil nachher machen wir auf jeden Fall Schmorbraten. Ah, ach so, ihr seid schon alle beim Mittagessen. I'm sorry, ich bin noch beim Frühstück. Ich esse jetzt eine Kalzone. So. Und dann später auf jeden Fall, ähm, gibt's dann auch noch, ähm, wahrscheinlich, ich sag mal Chicken Wings Alternativ. Da habe ich mir schon ein bisschen was angesehen. Und ich habe noch einen Blumenkohl. Und ja. So, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Dann, Bernie, wünsche ich dir viel Spaß beim Schmorbraten machen. Mhm. War damals... Chicken Wings mit Honig. Klingt interessant. Ja klar, wieso nicht? Also, ich mache halt, ähm, ja, das... Ja gut, ich muss davor noch erledigen. Ich muss, ähm, jetzt... Ich gehe jetzt gleich noch essen. Ähm, ich habe sogar extra meinen Los-App-Status, mein Plan, damit ich immer nachgucken kann, was ich heute planen. Also, ich werde jetzt frühstücken, dann werde ich wählen gehen, dann werde ich wahrscheinlich eher nur duschen, dann gehe ich in die Aufnahme von meinen neuen Just Dance Videos für YouTube und dann gibt's dann Koch-Stream. Das heißt, wie lange brauche ich dafür? Weiß ich nicht. Aber ich bin später auf jeden Fall nochmal hier. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Mitmachen. Dankeschön für den Foto! Dankeschön! Yay! Und dann sehen wir uns, ähm... Ja, wie fandet ihr das? Fandet ihr das gut, schlecht? Soll ich das nächsten Sonntag nochmal machen, wenn ich noch ein paar Übungen übrig habe? Also, mir hat es Spaß gemacht, mit euch Sport zu machen. Das hat mich motiviert, die Übungen ernst da zu nehmen und nicht so, okay, dann setze ich mal da, sondern wirklich angestrengt. Danke, ihr seid voll toll. Ähm, ich mache übrigens auch noch Sport, in Anführungszeichen, allerdings halt auf YouTube. Ähm, ich tanze sehr gerne und das mache ich gerne mit Just Dance, allerdings gibt es dann hier auf Twitch Copyright Strike Stress auf YouTube. So gesehen auch, aber die sperren einfach die Videos dann in den Ländern, wo die Musik nicht erlaubt ist und die anderen können halt dann nicht monetarisiert werden. Gut, so weit bin ich sowieso noch nicht. Aber also, wenn ihr da auf jeden Fall Bock habt, ähm, ich glaube, wenn ich ausrufezeichen YouTube eingebe, kommt da mein Link. Da bin ich nämlich auch, ähm, nein, kommt es nicht. Danke, Gott, für nichts. Ähm, ich fühle mich gerade so klein schon wieder. Ähm, dann auf jeden Fall, ja, könnt ihr da auch mal reinsehen. Oder, gut, wir haben hier einen, der kein Instagram hat, im Besser so. Ähm, ansonsten auf Twitter oder Facebook poste ich dann immer so ein Bild, wenn ich dann auf YouTube live bin oder auf Twitch. Also, falls ihr da irgendwie noch, also in die Story, aber nur nicht jedes Mal ein neues Bild. Ich glaube bei, hier, wenn ich jetzt auf Twitch live gehe, kommt es sogar immer ein Tweet auf Twitter. Auf Twitter? So, gut. Ich frühstücke, es ist schon 10 Uhr. Ich bin seit drei Stunden wach. Ich gucke mal meine Fitbit, was die mir sagt. Wie viele Schritte ich heute schon gemacht habe. Ah, Sofa. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sofa. Ich habe heute Sport live gemacht. Aber ich hätte uns auch nichts dagegen geschafft, auf dem Sofa zu chillen. Nein, ich muss heute noch ein bisschen was machen. Ähm. Ach, du kriegst, du kriegst ein E-Mail oder was? Sofa, warst du im Lurk-Modus? Wie lange bist du schon hier? So, einen Moment, meine Fitbit ist gleich leer, aber ich wollte gerade noch gucken. Also, ich habe heute tatsächlich schon 3.500 Schritte. Mein Puls ist aktuell bei 109. Ich bin aufgeregt. Wie ist halt alle da? Ähm. Dann, 250. Ja gut. 39 Minuten Sport. Ich krieg E-Mails, ja. Du folgst mir? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Danke fürs Follower. Irgendwie, wann? Ah. Okay, das heißt, ich muss mich immer benehmen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Lurken. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich esse jetzt was richtig ungesundes. Damit ich nachher was gesundes essen kann. Eigentlich ist es ja nicht ungesund. Ich habe es ja selbst gemacht. Ich merke schon wieder, ich komme gerade nicht weg, weil ihr so toll seid. Ich will euch gar nicht verlassen, gell? Aber ich will euch auch jetzt hier nichts vorschmatzen. Ich glaube, es sieht nicht so ästhetisch aus, wenn ich jetzt dieses Riesen-Kalzone auf so eine Gabel und dann schnabbeliere. Ähm. Ja, und ich muss sowieso gleich nochmal die Wohnung verlassen. Was ziehe ich denn da überhaupt an? Ich würde sagen, ich bleibe so, aber es kommt komisch, wenn man so zum Wählen geht, ne? Doch, ich glaube, ich gehe in Sportkleidung raus, weil ich gehe danach eh duschen. Und dann kann ich jetzt auch noch mein voll geschwitzter Kleidung hier anlassen. Ja. Okay. Geh mal essen. Und ich gehe... Oh, Sofa. Hut ab. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes und wir sehen uns dann ein anderes Mal. Und danke fürs Lacken. Und guck mal, das mit dem Greenscreen funktioniert immer so toll in letzter Zeit. Übrigens, Sofa hat mir da geholfen bei Lichteinstellungen und so. Mhm. Okay. Dann. Bye, bye. Ja. Und danke übrigens für den Follow. Und Maverick, if you see this on YouTube after the stream, thank you so much for your donation. You are awesome. Okay. Vielen Dank.